Hallo und schön, dass ihr beim deutschen Stahl einschaltet, und zwar dem Rheinmetall-Borsig-Waffenträger. Um den ist es gefühlt ein bisschen still geworden, schon ewig nicht mehr gezeigt, aber oh, da haben wir den Jäger sogar. Es spielt wieder von Michi626, ist hier toppt hier, das macht natürlich am meisten Spaß mit einem Panzer mit einer potenten Kanone. Hat hier 490 Schaden, spielt die in Anführungszeichen kleine, also mit 128 Millimeter und 311 Schaden. Die Karte kommt natürlich auch gelegen. Jetzt kommt hier schon der Leopard 1 daher. Der hier schon aufdeckt. Wir schauen ganz kurz auf die Teams, die sind sehr ausgeglichen. Aber wie gesagt, Kampinovka selber ist natürlich eine gute Karte für einen Panzerjäger. Oder in dem Fall Panzerzerstörer, muss man ja bei ihm schon sagen. Gegner hat Artis, 2 Stück, genauso wie sein Team auch, 2 an der Zahl hat. Da muss er aufpassen, weil für so einen Rheinmetall-Borsig ist so eine Artie, ja, so ein gewisser Anzugspunkt. Und wenn die dann trifft, dann ist auch ganz schnell Ebbe. Lass mal schon mal den Leopard gleich mal... Ja, er sagt auch Kill des fucking Leo. Verstehe ich gut, würde mich nämlich auch ganz schön stören, dass der da so seinen Weg rüber gefunden hat. Ist für den Gegner sehr gut. Und da sieht man auch, er konnte sogar hier den Ferdi gleich ein bisschen abziehen. Ist für den Gegner sehr gut, für ihn sehr schlecht. Und jetzt nimmt sich der T-37 da scheinbar ein Herz, wollte den Leo killen, aber hat nicht geklappt. Ganz im Gegenteil, der T-37 ist rausgenommen worden. 3 zu 0 steht schon. Und das muss man bis jetzt ganz klar dem Leo zuschreiben. Weil er macht hier die Aufdeckarbeit sehr gut. Zerstört damit das Spiel, aber jetzt hat der Type 64 den Leopard rausnehmen können. Und zwar von da drüben hat er rüber geschossen. Aber eine schwere Geburt. Und weil es ja nicht genug ist, kommen da schon die nächsten. Aber die dürften ganz gut für zum Beispiel eben den Type hier beschießbar sein. Jetzt kommt da der VK. IS6. Da ist überall ein bisschen was, aber er kann halt selber gerade nicht wirklich agieren. 2 zu 3 steht es gerade. Und vielleicht... Oh, jetzt kriegt er natürlich direkt den Hit von der ART ab. So wie ich es prognostiziert hatte. Und statt den schönen 1100 Hitpoints, die er mal hatte, hat er nur noch 468. Konnte jetzt den T-25 wenigstens gut treffen, dass der Type den Killshot klar machen konnte. Jetzt aber dann noch der IS6 da hinten. Ist halt auch sehr eng hier für die beiden Super Pershing. Es ist auch eigentlich nicht der Panzer, den ich hier unbedingt in der Base zur Verteidigung sehe. Und jetzt nur noch der IS6 hier drüben am Leben. Die Frage, schau da nochmal raus, leistet er sich, sich das nochmal eventuell eine vom Rheinmetall zu bekommen. Und der Rheinmetall ist natürlich... Oh, da kommt sogar noch ein T-34. Und der IS6. Also jetzt ist natürlich da Stimmung in der Bude. Hat hier das Glück, dass sie Gott sei Dank hier auf den, in Anführungszeichen, falschen schießen. Weil eigentlich nehme ich natürlich so einen Rheinmetall erstmal als Target. Aber er nimmt hier... Sie nehmen den Super Pershing als Ziel. Und somit kann er den als Schutzschild nehmen. Hat hier ein bisschen zu lange gewartet. Hätte vielleicht schneller mal den Schuss setzen sollen. Aber IS6 kommt nochmal rum. Kann also jetzt da treffen. Zündet ihn noch an und ja, da brennt er komplett weg. Mit 1331 Schaden in Summe am IS gemacht. So, jetzt ist er hier alleine in der Basis. Aber der Type mal wieder schießt von drüben auf den T-34. Ja, ist da sehr, sehr fleißig. Oh, jetzt... Sehr gut, der T-44 hat es versucht rumzukommen. Wurde aber dabei gekettet. Kann also seines Zeichens nicht mal nachsetzen und einen Nachschuss machen. Weil das kann man natürlich normalerweise den Reload gut ausnutzen. Aber hier, ganz im Gegenteil, kann er ihn sogar dann direkt damit rausnehmen, um sich nur einen selber fangen zu müssen. Sehr schön. Jetzt die Frage, wo bleibt der T-34? Sein Team drückt da auch ein bisschen weiter auf den Hügel. Der T-29, lustigerweise, ist sogar schon beim Gegner in der Basis angekommen. Das muss man auch erst mal schaffen. So, da drüben der Ferdinand offen. Genauer zurücksetzen und vielleicht mal auf den noch unterstützend wirken. Aber kriegt er kein Ziel rein. Ferdinand steht so hinter dem Stein wahrscheinlich, dass er zumindest von dieser Seite nicht beschießbar ist. Aber er muss nach wie vor aufpassen. Der T-34-3 ist auf jeden Fall ein potenzieller One-Shot. Für ihn, beziehungsweise eher für ihn, so. Der hat jetzt aber lustigerweise den T-29 gemacht, der T-34. Und, oh, der Ferdinand. Sehr schön. Der Ferdinand hat sich da perfekt zurückbewegt, um dann den Hit auf sich zu ermöglichen und konnte ihn dann rausnehmen. Und bedankt sich auch gleich ganz freundlich mit einem netten Fuck-You-Rheinmetall. Das musst du dir aber selber zuschreiben. Das war einfach nicht gut. Und souverän, wie er mich antwortet. I love you too. Kein Gegenflame, sondern ganz im Gegenteil. Mit sowas reizt man einen noch mehr, ohne hart flamen zu müssen. Also von dem her, ja. Der war sehr interessant vom Type, was er da in dieser Art und Weise so wollte. Auto, ähm, zack, und weg damit. Sehr schön. Und jetzt lebt nur noch die Hummel. Von der Hummel wird er nicht mehr viel bekommen, wird mich zumindest stark wundern. Kann aber natürlich sein, dass die auf seiner Seite irgendwo da unten Richtung Wasser gefahren ist. Weil bisher ist sie ja noch nicht mal aufgedeckt gewesen. Aktuell knapp 4000 Schaden. Und der Gegner schreibt H1. Das wäre natürlich für ihn sehr förderlich. Und wie immer wisst ihr, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihn doch gerne einen Kommentar, aber auch gerne einen Daumen, sowie natürlich ein Abonnement da. Ich freue mich sehr darüber. Und da ist die Hummel. Und der Kill wird auch da. Ja, der Kill ist da. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.